Der vierte ist der letzte der Advente, schon bald ist Heiligabend da. Für uns beginnt die Zeit der Feste, bei Kaspar, Melchior und Balthasar. Es gibt sehr viele, die Geschichten schreiben, aber wenige, die sie dann durchleiden. Am Ende ist nur der ein Held, der nicht mit in die Gruft reinfällt.